so jetzt muss doch hier wo man kies sein gibt es doch gar nicht dass wir hier kein kies sind immer ganz ehrlich nächste 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 die hat nichts gemacht aha daneben jetzt dann finde ich schnee finde ich aber kein kies ist dass ich mich verarscht fühle also richtig da sehen finde ich auf und weise kein höhneneingang kein kies recht hier irgendwo jetzt hier ist ein großer see jetzt mir leider auch nichts aber ich dachte da wäre mal wenigstens höhneneingang ist lauter schnee die ich immer noch entfernen muss ich denke man sie bleibt auch bis im winter bis die winter kraft mod wieder drin ist und sich die wir rausnehmen und dann alles an schnee entferne ich sehe es jetzt schon kommen ja der nicht mehr ausgeleuchtet ist das heißt hier war ich noch nicht hoffe ich weil ich war ja schon habe nur keine fucking gesetz wie jetzt halt auch der klasse major anderer seite auch mal die bringt bisschen mehr glück zwei weg und da lag gut aber ich will das schwein nicht töten ich tötte keine theorie an dalek hutsich müssen wir jetzt mal ganz tapfer sein und nein das ist das schwein das schaut mich schon so lieb an das schaut mich schon so lieb an sein ich tötete ich nicht keine angst keine angst ich tötete ich nicht ich habe auch die facke jetzt nur in der hand mann kein kies hier er hat mich in welcher richtung müssen wir eigentlich jetzt da ist das so gut kann ich hier in die richtung weiter suchen auch kein kies ein bisschen gieß das war ein stück ist ein bisschen mehr als ein stück gleich möglicherweise nicht alle dann hält man ja das hätte noch erst mal die hälfte verbraucht also von daher passt das noch hier auch keine höhen eingänge habe ich versuche hier schon mit ob die feine mal zu schauen aber nee bringt auch nicht jetzt land ich hier wieder weil wir sind sportzeichen biome da kann man von oben kaum was sehen muss man jetzt auf glück hoffen dass man auch nur in eingang trifft graf stein interessant aber interessiert mich jetzt mal ja weniger die tüte 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 mal kurz nach oben schauen man findet nix man sieht nix man findet nix so hier ist schon das meer große klasse das ist ja super die höre ich mich begebe das so gerne die wahrscheinlichkeit dass ich eine höle finde man was sollen dass ich hätte natürlich auch so dass jemand machen können und mal so auf die kart hier waren wir schon des öfteren daumen sehe ich da wenig erfolgt dass da auch was ist dieses mangelware bräuchten meine mine wer vielleicht auch mal ein bauprojekt was wir machen können das ist eine idee wenn wir die nächsten mine das heißt aber wieder viel gab aber wir haben ja ein hammer von daher wäre es dann nicht ganz so schlimm ja überlege ich mir mal ob wir eine mine bauen wollen ich muss ja sowieso auch noch einen platz für sektor portal suchen vielleicht können wir es gleich damit verbinden das ist im bereich des möglichen da wir es mal so hier ist was ist hier so am ufer und hier sind später die schiffe dank fahren und da mag ich kein eine solche löcher ja da jetzt hier noch mal nach oben ob ich was finde sonst schaue ich hier noch mal die höhen rein weil ich ein prozentig nix finden hier ist kies kies nicht der kiste ich brauche es ist hier so am see ich weiß ich bin irgendwie so ein bisschen wie nennt man das wählerisch ich bin sehr wählerisch was jetzt im kies angeht ja ist gut ist gut halter ja du kannst nichts mit deiner tollen leder rüstung erstmals essen hier habe ich ja kies gefunden war auch wer das gedacht ja das ist eine menge kies wir brauchen eine menge kies halt so passt es werden schon nicht schlecht wir haben ja auch noch die bildung hat spitze kann ich dabei so wird wir weniger vorher standen bekommen aber das würde um ein neues länger dauern von daher ist es eher mal nicht so gut warum ich da jetzt auf zweifach eingesetzt interessant ist eher weniger gut hätte mit dings zu arbeiten mit spitze gut das war jetzt schon mal mehr als ein stack und das leckt extrem warum das das gefällt mir jetzt gar nicht lol sind da jetzt los am hafen haben wir leider kein bett das heißt wir wenn immer kurz zurück ich komme ja schon mal ein bisschen weiter als sonst hat trotzdem dass wir keine hülle in der nähe so richtig haben es geht in die richtung hier schon in die andere richtung das hat auch nur kleine hülle aber da haben wir sicherlich schon und haben nach kies gesucht kann ich mich so daran erinnern gut laufen wir erstmal zurück ins haus einen da werden unser jetpack auffüllen dann sehen wir weiter da fehlt noch ein bisschen koppel was ist ja nicht so schlimm erst mal ein ding gut sind die monster der nacht auch wieder gleich weg und ja dann sehen wir mal weiter erst mal hier jetpack hier rein ich baue wieder energie nur noch nicht mal 8 kilo eu was auch immer eu heißt energie units energy units das wäre möglich es ist auf deutsch übersetzt dann heißt es ja nicht energie units aber da steht auch t pro t also pro zeit aber das ist ja wirklich das formelzeichen für zeit daher keine ahnung keine ahnung ach du hast es ist meine winter voll ich renne mal kurz ins lager und pack mal ein bisschen mal weg was ich brauche dann sehen wir weiter ich bin dann überlegen ob ich jetzt noch mal kurz vorhin rennen soll und nochmal kies holen soll ob ich halt was wollte ich jetzt sagen ah ja nochmal kies suchen soll ich schaue mal auf der karte wo es noch möglich wäre dass sie in das center ist da sieht auch nichts also noch nichts aus bitte natürlich hier in die richtung oder könnte auch sein dass hier auch wo man kies biome war es gibt ja auch solche extrem hülz biome wo kies dann drauf ist so was wäre natürlich optimal aber ich hätte nicht hier hört auch hier richtung ein pc dorf hier zum beispiel laufen wir mal hierhin weil hier sind einige hüllen da könnte was sein also richtung nord geht es jetzt los einfach mal ein bisschen dahin laufen ist ja auch mal nicht verkehrt so ein bisschen auf reise zu sein sieht man ein bisschen was von der welt dinge die wir schon längst gesehen haben und jetzt hat hier noch eine coole tages auf aktuelle scheiße er wird eine tat ist habe ich ja sowieso ja der dalek vorhin und die tat ist beides aus doctor who meine lieblingsserie und er tat es ist die abkürzung für time and true relative der menschen in space ist von innen größer als von außen äußert raum und zeitmaschine der science fiction serie für die dies nicht wussten ich habe das schon sehr sehr häufig erwähnt weil mein lieblingsserie und dafür muss ich werbung machen kann diese serie nur jedem ans herz legen okay es gibt leute das ist nicht deren geschmack weil ist auch britischer humor mit dabei und muss halt britischen humor mögen oder ja man darf ihn nicht sagen wir es mal so oder es darf heizen ja man darf ihn nicht so gesehen es muss denn geschmack sein sagen wir es einfach so jetzt grob ja gut kann man halt auch nicht sagen ich sag es jetzt einfach so man darf den britischen humor nicht hassen beziehungsweise auch nicht nicht mögen wird er soll geklärt so hier sind einige höhen das gefällt mir und da finde ich so schon den ersten kies am seeren aber dieser see ist mir jetzt scheiß egal ich mache hier so ein bisschen wasser weg damit ich nicht überflutet werde wird darauf stehe ich ja weniger wer hat es gedacht wenn ich mal hier mit der schaufel so ein bisschen an das war es jetzt auch schon und kies hier an dieser stelle noch mal finden auch weiter an kies hier ist eine sarkasse sehr schön gefällt mir nicht aber hier war auch noch so eine abzweigung und wo richtig ja genau da das ist keine sarkasse und wenn es eine sarkasse ist bitte mit kies gefüllte sarkasse bitte danke na gut bis jetzt wollen und ich danke sagen weil ich habe noch kies gefunden das wasser habe ich mal weg gemacht hätte ich natürlich mit einem eimer machen können weil ich habe einmal gerade kein wasser aber egal ich leuchte hier und darf sich nicht aus weil ich habe noch fünf fackeln will mir keine neuen mann da könnte ich mir theoretisch machen aber erst wenn ich die wirklich brauche kein kies aber wenigstens eine schöne große hier ist endlich kies natürlich trotzdem eine vergehen damit ich hier im hellen wenigstens mit der schaufel hier hantieren kann so das gefällt mir jedoch und hier ein skelett an das gefällt mir ja weniger da geht es auch runter und noch weitere kies zu erwarten ist das gefällt mir alter das ist wirklich hier sehr sehr viel immer her damit kann man können wir nach diesem kies vorkommen hoffentlich schon nach hause gehen was soll ich noch weiter mit dem weil wir brauchen natürlich noch kies für den weg zum beispiel ich einmal hier bin warum eigentlich nicht ich weiß sowieso nicht ob ich den weg noch weiter nachdem ich also gleich nachdem ich den markt fertig habe oder ob ich da wieder eine kleine pause man waren werde jetzt weiß ich noch nicht hallo ich habe gar nicht in ordnung hallo hat zwar kein schaden gemacht aber trotzdem und her so hier sowohl nicht aber kein kies ich muss mal was da kommt der nächste zum 2 3 erklärt 8 uhr heilige scheiße ich möchte mal das schallplatte haben kriegt man ja wenn man dabei hat kippe jetzt so dicht gibt man ja wenn ein skelett ein kippe tötet war eigentlich mein ziel aber hatte ich ganze funktioniert so ich jetzt irgendwo kies übersehen ne habe ich nicht ich denke mal nicht hallo ich spreng das mal bitte auf danke sehr gut die falsche richtung auf gesprengt ich doch hier was abbauen theoretisch reicht das schon mal ein kies aber eben gerne noch was mit so ist es nicht ist gut kleiner ist wie ausgestorben hier alles da war dieses eine große kies bekommen und das am anfang das war es halt auch schon wenn ich nicht okay ach hier habe ich mich dann ruhe baut geht dann gehe ich mir denke ich mal gleich nach hause hallo ich glaube ich glaube hier im kreis die ganze zeit ja ich glaube im kreis dann geht es jetzt wieder zurück nach hause ich gehe aber noch mal hier lang und so mir hier in ausgang und zwar dahinten gleich ist hier um der hecke noch mal geht oder vielleicht geht es ja weiter es geht hier weiter mein etwas hallo ich stehe gerade auf geht aber ich kann nicht so richtig mitbekommen zwar viele monster hier aber es ist mir auch scheißegal warte 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 bitte hallo bitte warten sagte ich ich hatte bitte warten hier bitteschön hier zu brauchen das antike schwert tue ich mir hier weg ich möchte platz haben wir weiteren kies hat sich das suchen jetzt hier nochmal gelohnt freut mich dann können wir auch nach diesem vorkommen hier nach hause gehen du kannst nach hause gehen du kannst nach hause gehen ja ja das noch weitere kies bekommen die facke mache ich jetzt sie noch alle die facke müssen alle gemacht werden so was kann weg was kann weg ein eisenerz ja meistens genug zu hause wegen ein eisenerz nee danke bleibe ich nicht hier oder anders gesagt egal es ist buchstuhltag heute gewesen dass man sowieso so ein bisschen fertig zu müssen sich meine klassische kammer und hier geht es mir noch mal weiter ich ignoriere euch einfach mal und das sandstein ok werwolf und verwandelt sehr schön lässt ihr mich mal einfach mal in ruhe bitte ok dann mache ich die letzte vergedorn nicht mehr alle natürlich da jetzt noch genau guck mal wie viel kies wir haben das reicht bis zuerst meine neugier ist groß ok ich noch weiteren kies eigentlich wollte ich jetzt zurückgehen aber kies meinte nein ich will und dieser kies will ja jetzt auch noch mal mit und dann kann ich hier die letzte facke noch rein tun bin ich auch zufrieden alles geschafft na klar keine münster platz gehabt und dann geht es jetzt nach hause es wird auch schon dunkel in der klasse das ist ein pc drauf sehr schön gut richtung zu süden geht es nach hause natürlich wenn sie ihn ist da richtig richtig mal was essen und dann ist los ich müsste auch mal pferde übersetzt einsammeln ich die jetzt hier so sehr haben wir ein gesettel sollten sollten wir eigentlich doch eigentlich schon brauchen wir gut das wird vielleicht auch unser nächstes problem der letzte auflaufzeichen hatte ich eine idee heute jetzt habe ich eine idee die muss ich mir dann gleich mal aufschreiben jetzt schreibe ich mir mal ganz schnell auf habe ich jetzt habe ich obs geöffnet aber das klassische ob es nicht das ob er studio weil ob es studie ist das programm was ich immer nehmen wir zum aufnehmen so und zwar das da und das da ist ja nicht so ein ganz so langer weg hier wäre auch noch mal kies sehr schön so 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 so